Was ist eine Karotistenose? Die Halspartien der Halsschlagader sind die Hauptquelle des sauerstoffreichen Blutflusses zum Gehirn. Eine Karotistenose tritt auf, wenn diese Arterien dichter und enger werden, wodurch ein Teil dieser notwendigen Blutversorgung unterbrochen wird. Während bei den meisten Menschen mit zunehmendem Alter eine leichte Stenose der Halsschlagader auftritt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Betroffenen einen Schlaganfall oder eine vorübergehende ischämische Attacke erleiden, umso größer, je größer die Blockade ist. Karotistenose kann eine Folge von einem oder mehreren Faktoren sein. Plag aus Cholesterin und Fetten kann sich in der Arterie ansammeln und einen engeren Durchblutungsweg schaffen. Hohe Blutplättchenwerte im Blut können auch in den Arterien eine Blutgerinnung bilden, die den Weg blockiert. Wenn ein Schlaganfall durch eine Arterienstenose verursacht wird, hat sich die Arterie normalerweise verengt und Blutplättchen haben sich an der engen Stelle angesammelt, um ein Gerinnsel zu bilden. Wenn sich hinter dem Blutgerinnsel Blut aufbaut, kann das Blutgerinnsel schließlich ins Gehirn geleitet werden. Darüber hinaus verhindert das Gerinnsel, dass Blut in das Gehirn gelangt, und eine Unterbrechung des Blutflusses, auch wenn diese vorübergehend ist, tötet Gehirnzellen ab und kann die Gehirnfunktion beeinträchtigen. Es wird geschätzt, dass von den 600 000 Schlaganfällen, die jedes Jahr allein in den USA auftreten, etwa ein Viertel bis die Hälfte auf eine Stenose der Halsschlagader zurückzuführen sind. Früherkennung und Behandlung könnten daher in den USA jährlich 150 000 bis 300 000 Schlaganfälle verhindern. Die Erkennung und Behandlung von Kass hängt von den Symptomen und dem Ausmaß ab, zu dem die Halsschlagadern verengt sind. In einigen Fällen hört der Arzt während der jährlichen medizinischen Untersuchung bei Verwendung eines Stethoskops ein Geräusch, das als Bruid bezeichnet wird. Wenn eine Frucht festgestellt wird, wird der Patient wahrscheinlich einem Doppler-Ultraschall der Halsschlagader unterzogen, um die Stenose zu bestätigen. Wenn eine Karotistenose festgestellt wird, werden weitere Tests durchgeführt, um den Stenosegrad zu bestimmen. Angiogramme oder Katheterisierungen verwenden Kontrastmittel, um die Stenose zu skizzieren und zu messen. Magnetresonantstomographie und Computertomographie können ebenfalls verwendet werden. Bei Patienten mit Herzschrittmachern ist die Magnetresonantstomographie kontraindiziert, da sie die Signale des Herzschrittmachers unterbrechen kann und Angiogramme ein gewisses Schlaganfallrisiko bergen. Ein nicht-invasiver Test, die Okulopledysmographie, bewertet den Blutdruck in jedem Auge und kann zeigen, ob ein signifikanter Blutfluss zum Auge durch eine Stenose der Halsschlagader beeinträchtigt wird. Leider kann das erste Symptom einer Stenose der Halsschlagader eine Beeinträchtigung der Gehirnfunktion, ein Mini-Schlaganfall oder ein vollständiger Schlaganfall sein. Jährliche körperliche Untersuchungen können zur Früherkennung beitragen und werden daher empfohlen. Patienten mit einer bedeutenden Kassanamnese oder Schlaganfallanamnese sollten ihren Arzt informieren. Raucher und Fettleibige haben ein höheres Kassrisiko und sollten überwacht werden. Menschen mit hohen Cholesterinwerten sind ebenfalls gefährdet. Wenn Kass vorhanden ist, aber weniger als 50% der Arterie blockiert, beinhaltet die Behandlung die Reduzierung von Risikofaktoren für eine weitere Stenose wie Rauchreinwöhnung, fettarme Ernährung und vorgeschriebene Bewegung. Diese werden im Allgemeinen mit der Einnahme eines Antikoagulants wie Aspirin kombiniert. Die Dosis ist sehr niedrig, im Wesentlichen ein Baby-Aspirin pro Tag. Andere Antikoagulantien wie Vafarin können ebenfalls verschrieben werden. Risikofaktoren für Vafarin können übermäßige Blutungen und Blutergüsse sein. Diejenigen, die Vafarin einnehmen, werden engmaschig durch Blutuntersuchungen überwacht und haben bestimmte Diätbeschränkungen. Wenn die Karotistenose mehr als 50% beträgt, können verschiedene Strategien zu ihrer Behandlung eingesetzt werden. Die Karotisendateriektomie ist ein chirurgischer Eingriff, bei dem der Chirurg die Arterie öffnet und Plaquerebildung und Blockaden beseitigt. Ohne Komplikationen sind die meisten, die diese Operation erhalten, in wenigen Tagen außerhalb des Krankenhauses. Die Auswirkungen der Änderteriektomie halten bis zu 20 Jahre an und senken die Risikofaktoren für einen Schlaganfall signifikant. In einigen Fällen, wenn das Risiko einer vollen Narkose zu groß ist, führen Kardiologen eine Karotisangioplastie durch. Dies beinhaltet das Einführen eines Katheters, im Allgemeinen durch eine Arterie im Oberschenkel, und das Einfädeln des Lippen in den verengten Abschnitt der Halsschlagader. Dort angekommen, wird ein am Katheter beverstichter Ballon aufgeblasen, um die Arterie zu öffnen. Nach dem Aufblasen des Ballons wird ein Hula-Metallschlauch platziert, um die Arterie offen zu halten. Der Vorteil dieser Methode ist, dass sie nicht unter vollen Narkose durchgeführt wird, da die Patienten während des Eingriffs in der Regel bei Bewusstsein sind und einige Stunden später nach Hause gehen. Dies ist jedoch ein relativ neues Verfahren und es liegen keine langfristigen Ergebnisse vor. Da Karotisthenosen so schwerwiegende Gesundheitsrisiken verursachen können, ist es ratsam, einen Plan zur Vorbeugung und nicht zur Heilung zu befolgen. Bewegung, vernünftige Ernährung und Rauchen sind alle Möglichkeiten, um die Plagen den Arterien zu reduzieren. Jährliche Vorsorgeuntersuchungen können auch dazu beitragen, Stenosen in einem frühen Stadium zu erkennen, so dass der Fokus auf recht einfachen Verhaltensänderungen liegen kann, um ein Fortschreiten zu vermeiden.